ja in der berg meine freunde was geht ab willkommen zu einem neuen video hier auf meinem channel ich hoffe du hast einen wunderschönen tag ja heute stelle ich euch die typ 99 vor auch eine sniper lange nicht mehr gesniped shipment ist rausgekommen das video wird wahrscheinlich eine woche erst später released nach shipment release guter deutscher satz nach release wird released ja deswegen shipment ich finde ich bin sehr geil manchmal auf den dächern rumlaufen kann und so ich feiere das irgendwie ist sehr sehr viel movement basiert jetzt shipment nicht einfach immer nur diese drei wiege zack du kannst mal warm warm also ich feiere das aber es an sich sache manche mögen so manche mögen so mit 99 highlights viel spaß mit dem video lassen like da falls du neu bist wirklich lass doch gerne mein abo da ich würde mich auf jeden fall freuen und ja viel spaß das bin ich alter was denn hier los erste runde shipment besser spielzug let's go man single single pullet was 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 kann er noch ein bestätigter abschuss für die das ist das ist das ist das ist was Kriegsmaschine, Bohrmaschine, ja? Digga, chill doch mal jetzt, bitte, Digga, ja, bitte einmal chillen jetzt kurz. Oh, kurz Pause. Boah, ich würd's mal machen, Digga, heftig, deftig, heftig. Digga, habt ihr auch so schlimme Schipp in Lobby? Nicht so schlimm, ich schwöre nicht so schlimm. Oder guck mal, Vorräte fliegen hier rum und so. Ahahahahaha! Ahahahahaha! Wir haben uns aber keine Ahnung. Was? Digga, das war so cracked, Junge, oh mein Gott. Ja, ich schwöre, das war so cracked, Digga, die Shots. Boah! Oh, das wäre ein Quotehf gewesen. Scheiße. Oh, war das Triple? Oh, der Triple was unmissed. Das hat sich so nach dem Triple hat angehört. Oh mein Gott. Ah, okay, okay, okay. Der Stress hat verliert. Oh, ich hab die Nutz gekriegen, oder was war das? Ich hab Granate geboren und gleich die Nutz. Wie geil war das? Ich hab Granate geboren und gleich die Nutz. Ja, Hunde. Die Hunde sind OP, Mann. Ihr könnt euch auf Türk shoppen. Ja, ich nutze ihn an, Mann. Ich nutze ihn in den Vanguard an, Mann. Ja, wenn ich Null drücke, also Null ist mein Knopf zum Klippen. Ja, mein Shop so gut. Aber Quoteh, siehst du, so einfach geht das, Digga. So einfach geht das, Digga. Vring, 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 vring. Fertig. Jetzt wär fein von Head, Digga. Ich schwöre, warum kam dieser Rauch da? Entschuldigung, Entschuldigung, mein Entschuldigung. Was ist da passiert, Digga? Das würde ich sehen. Halt doch die Fresse, Digga. Ja. Meine Freunde, kommen wir auch jetzt schon zum Klassen-Setup der Typ 99. Wie spiele ich sie? Ich zocke sie mit dem Mündung, G28-Kompensator. Bei der Mündung könnt ihr eigentlich alles spielen, außer die erste Mündung und die vorletzte Mündung. Weil da geht die Zielfernrohr, also Z, V, Geschwindigkeit runter. Und ja, deswegen, Kompensator, ihr könnt alles spielen, außer den ersten und den vorletzten. Im Unterlauf zocke ich den GF 59, also ich zocke einfach die Taschenlampe, weil die roten Namen über den Köpfen der Spieler sind dann weiter, also die Distanz ist dann weiter. Allerdings sehen wir dadurch ein Licht. Das müsst ihr wissen, ob ihr jetzt so zockt. Ich fühle es absolut. Ansonsten könnt ihr hier den schweren Vordergriff spielen oder den letzten. Da müsst ihr selber wissen, womit ihr am besten klarkommt. Ich zocke gerne mit der Taschenlampe, weil ich halt aggressiv snipe. Keiner sieht mich irgendwo am Headglitch oder sonstiges, weil ich halt rush, rush, rush. Lauf zocke ich den letzten Lauf, Schaft zocke ich den vierten Schaft oder ab und zu auch den kein Schaft. Ich finde das sieht aber kacke aus, deswegen zocke ich tatsächlich den vierten zu zeichnen. Fertigkeit vital, weil dadurch ist die kritische Trefferzone größer oder Fokus. Kommt drauf an, wenn ihr Hitmarker bekommt von irgendwelchen Gegnern Hits, ist die Zuckungsresistenz größer. Oder ihr habt halt mehr Dings, kritischen Treffer. Überschuss zocke ich, ähm, ja Kit zocke ich Überschuss, weil dadurch hast du mehr XP pro Abschuss. Griff zocke ich den Stoffgriff. Wenn ihr den Stoffgriff noch nicht frei habt, dann zockt den Ledergriff, auch sehr nice. Magazin, jetzt passt auf, zocke ich die 20 Schuss Trommel. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr mit dem 5 Schuss Magazin nicht klarkommt. Ihr könnt, ja, 20 Schuss Magazin ist einfach die Key, sag ich so. Ihr könnt auch 8 Schuss zocken, allerdings geht der Schaden darunter, ist nicht so geil. Ähm, Munitionstyp zocke ich Unterschall. Ähm, da kann ich aber auch Zerfall oder Verlängert empfehlen. Ja, dazu halt die Wildkatzentarnung, eine von denen, die feiere ich am meisten irgendwie. Ich hoffe das Video hat dir gefallen, lass ein Like da, lass ein Abo da. Ja, wenn du so lange am Start warst, kommentiere irgendwas Nettes über mich. Keine Ahnung, ob dir das Video gefallen hat, was man besser machen kann, was auch immer. Kuss auf, die Stöhnen.